Mein Motto im Leben ist, dass man sich immer verändern kann. Man hat immer die Chancen und Möglichkeiten. Man muss es nur wollen. Ich bin Melanie Schulz, 35 Jahre alt, habe eine 13-jährige Tochter und komme aus Bautzen. 2002 habe ich eine Verkäuferausbildung abgeschlossen. 2006 bin ich dann Mutter geworden und es war schon schwer zu vereinbaren. Ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag, der ist dann ausgelaufen. Ich habe mich natürlich bei der Agentur für Arbeit gemeldet. Dann gab es die Empfehlung für eine Umschulung für die Personal-Dienstleistungskauf-Frau. Für die WBS habe ich mich entschieden, weil ich zwei Tage später, nachdem ich mich arbeitslos gemeldet habe, den Umschulungsvertrag bekommen habe, dass das alles finanziert wird von der Agentur für Arbeit und zwei Monate später ging dann auch schon die Umschulung los. Ich fühle mich sehr herzlich aufgenommen in der WBS. Die Referenten vor Ort haben auch immer ein offenes Ohr. Man kann mit jeder Frage hinkommen, es wird geholfen. Die sind immer für einen da. In LearnSpace 3D finde ich eine total super Sache, modern. Man kann da so einen Avatar gestalten und allgemein finde ich in so einer Umschulung über die WBS toll, dass man wirklich deutschlandweit Klassenkameraden findet, wo reger Austausch herrscht, wo schon auch eine gewisse Freundschaft entstanden ist. Dadurch, dass es von der Agentur für Arbeit gefördert ist, komme ich finanziell gut über die Runden. So kann ich gut für mich und meine Tochter sorgen. Schon während meiner Umschulung im Praktikum wurde mir ein Arbeitsvertrag, ein unbefristeter, angeboten und den habe ich angenommen und freue mich auf die Herausforderung. Es war für mich ein wichtiger Schritt, mich für die Umschulung zu entscheiden. So kann ich Familie und Job unter den Hut bringen. Besser hätte es nicht laufen können.